Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Wie ihr vielleicht uns schwer erkennen könnt, ist die Umgebung ziemlich dunkel und ich glaube, es ist mit Abstand das späteste Video, was ich in meinem ganzen Leben gedreht habe. Es ist halb drei nachts. Es ist halb drei nachts wie am Wochenende, aber ich wollte unbedingt dieses Video für euch abdrehen und ja, es ist ein Sensi-Video. Ich sage das jetzt immer gleich vorab, aber ich schreibe es natürlich auch in den Titel, aber es interessiert halt natürlich nicht alle von euch und da aber Sensi meine große Leidenschaft ist und jetzt mittlerweile seit über eineinviertel Jahren auch mein, ja, Nebengewerbe, also ich bin auch mit Sensi selbstständig und ich ist einfach Liebe und ich wirklich mit einer absoluten Leidenschaft dahinter stehe und ich die euch gerne spüren lassen möchte, habe ich gedacht, drehe ich wieder ein Video und zwar über das aktuelle Starter-Kit. Wir haben jetzt seit dem 1. Januar ein neues Starter-Kit. Ein Starter-Kit ist ein Starter-Paket. Damit könnt ihr in die Berater-Tätigkeit einsteigen, also wenn ihr auch, wie ich, Sensi-Beraterinnen machen wollt oder ihr schnappt euch das Starter-Kit für 99 Euro und behaltet es einfach für euch. Warum? Das zeige ich euch jetzt, weil es ist einfach ein mega, mega großes Paket mit super, super tollem Inhalt und ich weiß den genauen Preis nicht, aber es ist natürlich viel, viel, viel mehr wert und ja, es lohnt sich auf jeden Fall für 99 Euro da zuzuschlagen. Also wenn ihr einfach Sensi testen wollt oder ihr vielleicht schon Sensi kennt und ihr sagt, oh Gott, muss ich, muss ich haben. Alle Düfte, ihr habt in diesem Sensi-Kit alle Düfte, also als Bröbchen, zeige ich euch gleich. Ihr habt Herbst-Winter-Düfte 2019 und Frühling-Sommer-Düfte 2020, die ich im Übrigen noch nicht geschnüffelt habe. Da werde ich nämlich ein extra Video machen für meine Instagram-Seite. Ja, ich bin total aufgeregt. Hier steht es neben mir. Es ist wirklich, es ist echt groß und es ist so, so schwer. Genau, ich habe es mir jetzt hier im Wohnzimmer gemütlich gemacht mit tollem Hintergrund und natürlich einer Sensi-Lampe und einer Cola Light, weil ich werde wieder bestimmt unglaublich viel reden und mein Hals betrocken sein. Genau, falls ihr noch Fragen habt zwecks Sensi-Beraterin, was man beachten muss, auf was, was es sich, was für Regeln es da gibt, also es gibt ja wirklich einige Fragen, die ihr bestimmt habt, dann kann ich euch nur empfehlen, mir auf Instagram zu folgen und zwar allaboutanna.sensi. Das ist mein Instagram-Account, wo es wirklich rundum von morgens bis abends nur um Sensi geht. Genau, also da habe ich dann ein Highlight abgespeichert. Kann ich euch das jetzt zeigen? Wahrscheinlich nicht. Also hier oben habt ihr so schwarze Highlight-Register und da habe ich den Register Team und da erkläre ich euch wirklich alles und verlinke auch meine Seite. Auch natürlich hier verlinke ich euch meine Seite, wenn ihr auf meine Seite geht und dann auf Starten drückt, dann werdet ihr erst mal gefragt, wo ihr starten möchtet, also in Deutschland und was für eine Sprache ihr sprecht und dann kommt ihr auf eine Seite, wo erst mal alles erklärt wird und unten stehen unglaublich viele Fragen mit Antworten und das sind eigentlich die meistgestellten Fragen und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr Bock drauf habt oder nicht und ich bekomme dann eine E-Mail, wenn ihr euch bei mir angemeldet habt, weil ihr dann bei mir im Team seid und dann bekommt ihr eigentlich sofort oder so circa einen Tag später spätestens eine E-Mail von mir persönlich geschrieben. Wenn ihr natürlich dann nicht als Beraterin durchstarten wollt, sondern euch einfach nur das Kit schnappen wollt, dann könnt ihr mir gerne auf die E-Mail zurückschreiben, so hey Anna, ich bin nur das Kit, aber danke für deine E-Mail oder wenn ihr einfach sagt, Mensch, ich schaue mir das super gerne mal an, ich möchte gerne in deine Facebook-Gruppe, dann seid ihr auch willkommen bei uns in der Team-Gruppe, wir gehen da regelmäßig live und machen richtig coole Team-Trainings und ja, also ich liebe einfach Sensi und ich liebe mein Team und ich liebe die Arbeit und ich freue mich total auf das neue Jahr 2020, es steht so viel an, ich gehe jetzt bald auf World Tour, einmal in Nürnberg, einmal in Frankfurt, im Juni habe ich einfach eine Kreuzfahrt und ich fliege nach New York und das alles kann ich nur Sensi verdanken und natürlich euch, also auch meinen Kunden, denn ohne euch wäre das natürlich auch gar nicht möglich. So, ja und dann will ich nochmal in dem Video was ansprechen und zwar habe ich ein paar kritische Nachrichten bekommen, so ja wie, wie jetzt Sensi, damals Unique, ich spreche die Firma auch aus, ja, ich war mal Unique-Repräsentantin, war da auch sehr erfolgreich, wenn ich das so nennen kann, stand auch komplett zu 100% hinter den Produkten, allerdings musste ich mit der Zeit feststellen, dass immer mehr sich verändert hat ins Negative und ich auch die Produkte, gerade die neuen Kollektionen nicht mehr gut fand und ich stand einfach nicht mehr hinter den Produkten und Leute, ich werde euch versprechen, wenn ich in meinem gesamten Leben, in meiner Laufbahn von YouTube, Instagram nicht zu 100% hinter einem Produkt stehe, dann werbe ich nicht für dieses Produkt und meine Follower, die mir schon super lange folgen, wissen das auch, wenn ich nicht zu 100% hinter einem Produkt stehe, dann werde ich dafür keine Werbung machen und genau so ist es eben auch mit der Schminke gewesen und ich meine damit auch nicht alles, denn ich benutze nach wie vor das Rouge von Unique, aber es sind einfach viele Sachen, die ich nicht mehr gut finde und deswegen vertritt ich einfach kein Unique mehr, ich bin offiziell schon noch Repräsentantin, aber ich mache nichts mehr dafür. So, meine neue Leidenschaft ist seit Ende 2018 Sensi und solange ich zu 100% hinter den Produkten stehe und ich sie liebe, werdet ihr mich auch darüber reden hören. Wenn ihr natürlich jetzt total genervt seid von Sensi, dann denke ich mal nicht, dass ihr dieses 7 Minuten Video jetzt schon angeschaut habt und ich denke auch nicht, dass ihr auf dieses Video geklickt habt. Genau, das ist nämlich einfach Fakt, wenn euch was nicht interessiert oder ihr von Sensi nichts wissen wollt, dann schaut euch logischerweise auch nicht meine Sensi Videos an, denn ich habe mir vorgenommen für das Jahr 2020, dass ich wirklich nur noch die Videos drehe, die ich drehen möchte und nicht zu denen ich gezwungen werde oder wo ich aufgefordert werde, sondern ich möchte nur noch Videos drehen, wo ich zu 100% dahinter stehe und ich Lust drauf habe und ich glücklich und happy bin und ja, ich strahle, wenn ich über Sensi reden darf, mich macht Sensi glücklich und deswegen fange ich jetzt an. Es ist jetzt 8 Minuten rum und ich fange jetzt an, dieses Starter-Kit mit euch auszupacken. Also, wenn ihr euch bei Sensi dann anmeldet, als Verwarrerin oder auch nicht, wenn ihr auch nur das Starter-Kit haben wollt, dann bekommt ihr für 99 Euro dieses Starter-Kit hier. Und es hat jetzt circa eine Woche gedauert und bei der Anmeldung von Sensi ist es so, dass ihr eure Personalausweise nochmal angeben müsst. Das erkläre ich aber auch nochmal alles auf Instagram und manche erschrecken da total und sagen, nee, also das geht zu weit. Das ist aber einfach die Sicherheit von Sensi normal, denn Sensi nimmt sich da einfach das Recht raus, dass es nicht vorkommt, dass eine Beraterin fünfmal sich dieses Starter-Kit zuschicken lassen lässt. Ja, deswegen will Sensi eure Personalausweisnummer haben. Genau, ich habe das Starter-Kit hier, weil meine Freundin sich angemeldet hat. Also nicht wundern, ich habe es mir nicht nochmal bestellt und ich darf es eben unboxen. Also ich habe die offizielle Erlaubnis und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. In dem großen braunen Karton, der zu euch kommt, befindet sich dann ein Sensi-Karton. Ich kann den jetzt... Doch, ich hebe ihn euch mal raus. So, das ist dieser wunderschöne Sensi-Karton. Der ist wunderschön lila. Wie so alles von Sensi und es kommt euch schon ein total leckerer Geruch entgegen. Und ganz oben habt ihr dann Willkommen im Sensi-Live eine Mappe liegen. Und da sind gleich die wichtigsten Fakten. Wir haben hier einmal eine App, die es aktuell nur auf Englisch momentan noch gibt. Dann haben wir Willkommen in der Sensi-Familie von den zwei Gründern von Sensi. Dann haben wir eine Vistaprint-Werbung. Vistaprint kooperiert mit Sensi. Da mache ich meine ganzen Visitenkarten, mein Werbebanner, alles mögliche Flyer. Und dann haben wir hier das Produkt-Trainings-Leitfaden von Sensi. Da werden einfach... Oh mein Gott, das ist total überbelichtet, weil ich natürlich mit Softboxen arbeiten muss. Also da werden alle Produkte erklärt. Und ja, da stehen dann auch Verkaufstipps drin. Also das ist schon sehr, sehr cool. Also das ist auch bei jeder Party dabei, weil man da wirklich so ein bisschen spicken kann. Ja, man ist ja schon immer aufgeregt. Und dann habt ihr eine Willkommensbroschüre dabei, wo dann auch nochmal alles erklärt steht. Da steht vor allem auch, warum, was, wie viel kostet. Es wird viel erklärt. Spendenaktionen. Sensi arbeitet auch extrem viel mit sozialen Projekten zusammen. Jetzt habe ich es. Dann wird eine Party erklärt. Also ab wie viel Euro man gratis Produkte sich aussuchen darf, wie viel Artikel, Halbpreisartikel man hat und blablabla. Genau. Also es ist wirklich idiotensicher. Sage ich so schön immer. Es wird bei Sensi, wird einem extrem geholfen. So, dann kommt eine Tasche. Das ist wie so eine Art Kühltasche. Da könnt ihr eure Bars und eure Bröbchen reinpacken. Gerade im Sommer. Das bleibt alles schön kühl da drin. Ja. Ist mir nämlich leider schon mal passiert, dass ich meine Düfte im Auto habe liegen lassen und das im Hochsommer. Das Auto hat sehr, sehr gut gerufen. Dann habt ihr natürlich ganz viel Pappe dabei, damit auch nichts kaputt geht. Und dann kommen die Produktlisten. Das ist eine Produktliste, wo auf der Vorderung, auf der Rückseite alle Lampen, alle Minilampen, alle große Lampen, alle Diffuser, alle Glühbirnen, alles ist darauf abgebildet. Und die teile ich immer super gern aus. Die lege ich immer auf den Tisch. So haben wirklich die Kunden eine Übersicht von allen Lampen und die Zentimeterzahlen stehen auch dabei, also wie groß die Lampe ist und so. Genau. Also finde ich immer total super. Dann habt ihr auch Geschäftsmaterial dabei. Und das sind zum Beispiel Sensitüten. Und die habt ihr in verschiedenen Größen, glaube ich, sogar dabei. Jedes Kit ist natürlich anders. Mein Kit war damals ganz, ganz anders. Genau, das sind einfach Plastiktüten in verschiedenen Größen, also einfach Verkaufstüten. Und da ist dann auch das Sensi-Logo drauf. Da nochmal jede Menge Papier. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit den Bröbchen an. Das finde ich so, so cool. Das ist auch ganz neu in den Sensi-Shop gekommen. Und zwar sind das Bröbchen für das Waschmittel. Also für das hochkonzentrierte Waschmittel. Das ist einfach so, so toll. Kann man jetzt als Beraterin auch im Store kaufen für seine Kunden. Und werde ich jetzt auf jeden Fall auch machen. Und bei meiner nächsten Sammelbestellung gibt es dann Bröbchen vom Waschmittel. Also ich liebe unser Sensi-Waschmittel. Also ich gebe das immer mit so zwei Pumpstößen zu meinem normalen Waschmittel dazu. Und Washerwiffs gebe ich einen Löffel direkt in die Waschmaschine. Die Wäsche riecht so lang und so gut danach. Wirklich mega. Und ich wasche ja nur noch mit einem Waschei. Und das ist einfach total gut, weil da riecht die Wäsche richtig lang und intensiv danach. Und Washerwiffs, wo wir schon beim Thema sind, das sind diese hier. Da habt ihr einfach eine Full Size dabei. Und das ist der Geruch Amazon Rain. Auch ein sehr, sehr guter Duft. Und so gut. Und das ist Washerwiffs. Das ist so Granulat. Und Washerwiffs könnt ihr für so viele Sachen benutzen. Das ist einfach krass. Ihr könnt einen Löffel in eure Wäsche geben. Also direkt in die Trommel rein, in die Waschmaschine. Ihr könnt aber auch einen alten Socken nehmen. Ihr gebt drei Löffel Washerwiffs rein. Macht einen Knoten in den Socken. Und werft diesen Socken einfach in den Trockner. Und ich glaube, mein Socken mit Washerwiffs, der ist jetzt in dem Trockner seit über einen Monat. Und meine Wäsche riecht immer noch danach. Mega, wirklich mega intensiv. Also intensiv nicht an der Wäsche. Das ist jetzt nicht so, dass du sagst, puh. Aber der Duft, der hält so lang. Ihr könnt Washerwiffs in kleine Sartörsäckchen geben. Und in euren Kleiderschrank reinhängen. In die Unterwäschenschublade. Also wirklich vielseitig einsetzbar. Und ja, habt ihr eine komplette Packung mit 454 Gramm dabei. Dann habt ihr einen Bodyclip. Einen kleinen Bodyclip. Und zwar Hobo, die Katze. Bodyclips ist ja die kleine Version von unseren Buddys. Buddy kommt auch gleich. Ja, ich sage immer so schön, so ein kleiner Glücksbringer. Könnt ihr an die Kindergartentasche machen. Oder an die Schultasche. Schlüsselanhänger. Ihr könnt es ins Auto reinhängen. Also es ist wirklich auch eigentlich sehr vielseitig einsetzbar. Und die kleinen Bodyclips, Clips, weil hier oben ein Clip dran ist, die haben schon einen Duft. Bei denen ist der Duft schon eingearbeitet. Und man sagt, dass dieser Duft vier Monate hält. Und da kann ich sagen, das stimmt nicht. Der Duft hält über das Doppelte. Also ich habe meinen Bodyclip seit zehn Monaten, seit zehn Monaten in meinem Kleiderschrank hängen. Und man riecht es immer noch. Und mega. Also und vor allem auch so süß. Leute, schaut so, ja, ist die nicht süß? Oh mein Gott, die ist so putzig und die ist total flauschig. Und da hinten hat sie so einen Aufnäher drauf. Und die kommt in so einer tollen Verpackung. Und da könnt ihr die, wenn ihr Berater seid, auch immer wieder einpacken und den Deckel drauf machen. Wo habe ich den jetzt den Deckel hingelegt? Wo habe ich den jetzt den Deckel hingelegt? Ach ja, hinter mir. Und da bleibt dann der Deckel noch länger drin, weil natürlich die Katze hier gerussdicht eingepackt ist. Das ist ein Bodyclip. Auch den habt ihr in eurem Starla-Kit dabei. Dann habt ihr drei Bars dabei. Full Size. Also drei komplette Bars. Allein schon diese drei Bars haben einen Wert von 24,50 Euro. Und da haben wir den Geruch Go Go Mango, Black Raspberry Vanilla und Sun Kiss Citrus. Es sind auch drei Düfte, wo ich sage, die sind jetzt nicht nur für Frühling, Sommer, sondern kann man eigentlich durchs ganze Jahr nehmen. Also gerade dieser Blackberry, Black Raspberry Vanilla, der geht auch super im Winter. Drei Bars. Dann machen wir doch mal weiter. Ihr kriegt auch einfach noch eine komplette Full Size Packung Car Bars. Und zwar Car Clips. Das sind nicht mehr die Car Bars, die man reinhängen kann. Die haben wir auch, aber das sind die ganz neuen. Das sind die Car Clips. Die könnt ihr in eure Lüftung reinklipsen. Die bekommt ihr auch komplette Packungen. Also ihr habt hier wirklich so viele Produkte, die ihr zeigen könnt, die ihr... Ihr könnt sofort loslegen. Wenn ihr das Start-Up-Klips habt, ihr könnt sofort eine kleine Mini-Party machen. Ruft eure Freundinnen an und sagt, Mädels, ich habe was zum Schnüffeln. Das ist die Dufttasche. Das ist die Dufttasche und das ist einfach, das ist das komplette Übergangsset. Und das sind, genau, das sind die Sommerdüftes. Genau. Das ist das komplette Duftset mit Herbst- und Winterdüften. Also das ist das komplette Jahr. Und das hier ist das Übergangsset Sommer-Frühling 2020. Also das sind die Neu-Düfte, die ich auch noch nicht gerochen habe. Also ihr habt hier das komplette Sortiment einfach mal hier. Ihr könnt alle Düfte durchschnüffeln und das ist so easy und das macht so Spaß. Verabredet euch mit euren Freundinnen, macht einen Kaffee, setzt euch hin. Eine Tasse mit Kaffeebohnen wäre ganz gut zum Neutralisieren, weil ihr verdammt viel zum Riechen habt. Macht eine Liste und schreibt auf, lecker, nicht gut, lecker, nicht gut. Und so schnell schaut ihr gar nicht, habt ihr eure erste Party. Also es ist echt so, so easy. Und Sensi ist einfach was, was sich super krass rumspricht. Also so schnell, wie sich der Geruch in eurem Haus verbreitet, so schnell spricht sich Sensi rum. Jeder will einfach, dass sein Haus gut riecht. Jeder will nach Hause kommen und sagen, wow. Und sobald man in ein Haus kommt, was gut riecht, hat man doch sofort das Gefühl von, hier fühle ich mich wohl. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wo reinzukommen und Gerüche wahrzunehmen, die man nicht wahrnehmen möchte. Sei es zum Beispiel nasser Hund. Ich mag den Geruch von nassen Hund überhaupt nicht. Oder Essensgerüche. Oder sonstige Gerüche von Körper, wo man auch so denkt, hier riecht es so. Also versteht ihr, was ich meine? Und seitdem ich Sensi habe, bei mir stinkt es nie. Also ich habe schon vorher Duftkerzen gehabt ohne Ende. Ihr wisst ja selber, ich bin großer Juwelkerzen-Fan, was ich im Übrigen immer noch bin. Ich liebe Juwelkerzen. Aber mit Sensi-Lampen, das ist halt einfach die sicherste Alternative, was man einfach haben kann. Also, Leute, wirklich, das ist einfach, ja, was soll ich dazu sagen? Also, sicherer geht es ja wohl nicht. Und wenn ich jetzt ins Bett gehe und die anlasse, dann ist es nicht schlimm. Außer, dass ich jetzt Fachs am Finger habe. Das ist vielleicht das einzige Problem. Fachs ist es ja nicht. Also, Max hört sich immer so blöd an. Seht ihr? Also, es war nicht heiß. Alles gut. Ich habe mich jetzt nicht verbrannt. Schaut, es ist nicht mal rot. So. Richtig cool. Richtig cool. Ihr habt Brübchen von einer Handseife dabei, von Schimmer. Finde ich einfach mega. Für den Anfang finde ich die hier super. Für die Zukunft würde ich euch allerdings wiederverwendbare, so kleine Brübchen empfehlen. Habe ich jetzt bei Wisch gekauft. Und da fülle ich die Handcreme rein. Das sind so kleine Tübchen, die sind super zum Verschicken. Das sind tolle Geschenkchen, das sind tolle Brübchen und weniger Müll. Aber für den Anfang finde ich das einfach klasse zum Starten. Ja, also das macht ja gleich voll was her, wenn eure Kunden bei eurer ersten Party eine Handcreme geschenkt bekommen. Also so ein Brübchen von einer Handcreme. Finde ich klasse. Dann haben wir was ganz Neues dabei. Die kenne ich noch gar nicht. Und zwar sind das, ähm, was sind das? Filzbrübchen. Das sind einfach so süße kleine Mini-Bars. Da steht Sensi auch drauf. Aus Filz. Und das sind Filzbrübchen. Dann tut ihr die, ähm, mit einer Pinzette einfach in eure Sensi-Lampe. Geht damit raus, lässt es abtropfen, tut es in ein kleines, ähm, Brübchen-Säckchen. Und dann ist es eine Probe zum Schnuppern. Ihr könnt aber natürlich auch Brübchen gießen. Ja, und jetzt mal gucken, ob die Speicherkarte geht. Ähm, neue Kamera und ich kenne mich noch nicht so gut aus damit. So. Also, ihr könnt auf jeden Fall auch schon Brübchen gießen und verschicken und, äh, verteilen im Kindergarten. Und sagen, Mensch, hier, guck mal, gefällt dir der Geruch? Also, mega. Ihr habt einfach eine Full-Size Sensi-Putzmittel dabei, ja. Also, ihr könnt sogar unsere Putzkategorie vorstellen. Und zwar mit dem Geruch Lemon Verbena, was auch mein absoluter Favorite-Putz-Duft ist. Weil wenn einfach das ganze Haus nach Lemon duftet beim Putzen und ihr wirklich danach an den frisch geputzten Tisch hinriecht und ihr denkt so, oh, ist das gut, dann hallo. Genau, also, ihr habt einfach eine komplette Packung Putzmittel dabei. Counter-Clean Lemon Verbena. Wir haben dabei Party-Einladungen. Da hinten steht nämlich drauf, erleben Sie bei meiner Party. Erleben Sie bei meiner Party Sensi. Ihre Gastgeberin, Uhrzeit, Datum, Ort, Online-Einkaufen. Da könnt ihr dann eure Seine hinschreiben. Und Adresse und Briefmarke. Okay, also, das sind, manche Dinge müssen erlebt werden. Das sind Einladungen zur Party. Und wie viele sind das? Das sind, das sind richtig viele, Mann. Also, das ist ein kompletter Haufen. Ist da noch ein Haufen dabei? Und dann noch Dankes-Karten. Ein Riesen-Danke für Ihre Unterstützung meines kleinen Unternehmens. Ihr habt auch noch Dankes-Karten dabei. Also, mega. Ihr habt alles dabei für eure erste Party. Ihr habt alles dabei, um die Bestellungen einzupacken. Ihr habt alles dabei, um Danke zu sagen. Alles dabei, um Leute einzuladen. Also, das Starter-Kit ist doch einfach nur genial. So, wir machen weiter. Hier sind die kleinen Geschenk-Päckchen, also für Bröbchen oder so. Also, das sind die ganz kleinen. Dann, schmutzbekämpfende Kraft für den kompletten Waschgang. Flyer für unsere Washer-Wiffs und Waschmittelsachen. Flyer für unsere Kategorie Pads. Flyer für elektrische Duftlampen, Duftventilatoren und unsere Diffuser. Also, unsere Hauptkategorie. Flyer für, starten Sie hier mit Sensi. Das heißt, wenn ihr Freundinnen habt, die ebenfalls dieses geile Kit haben wollen und vielleicht Beraterinnen machen wollen, könnt ihr da auch gleich einen Flyer mitgeben. Flyer für unsere Putzmittel und Flyer für unsere Körperpflege. Das heißt, wir haben Badepomben, wir haben Handcremes, Duschgele, Handseifen. Also, wir haben auch da ein sehr großes Sortiment. Und auch da sind Flyer dabei. Also, Leute, ihr habt wirklich extrem viele Sachen da drin. Immer noch nicht leer. Und dann, ich meine, ihr denkt euch doch auch, drei Free-Size-Bars. Ja, und? Und wohin soll ich die tun? Logisch. Ihr habt eine Sensi-Lampe dabei. Und zwar eine riesengroße. Ja, ihr habt eine große Sensi-Lampe dabei. Und zwar die Alabasta. Also, was sehr Schlichtes, weiß, neutral in Keramik. Passt also wirklich in jeden Haushalt. Und ihr habt einfach auch gleich eine komplette Lampe dabei. Das heißt, ihr könnt auch gleich direkt euren Kunden zeigen, wie Sensi funktioniert und was Sensi überhaupt ist. Und ihr habt Bestellformulare dabei. Da oben kommen eure Sachen rein. Dann kommen die Daten von der Kundin rein. Und der Produktname, Preis, Gesamtpreis. Und die Partyprämie steht gleich unten. Also, was, wie viel man erreichen sollte, um einen Halbpreisartikel zu bekommen. Oder um sich ganz tolle Sachen kostenlos aussuchen zu dürfen. Ihr habt Bestellformulare dabei. Und zwei Packungen Kataloge. Und zwar einmal den kompletten Batzen Kataloge von Herbst-Winter 2019. Und einmal den neuen Katalog Frühlings-Sommer 2020. Das Sortiment, was hier drin ist, für fast alles, für minus 10% rausgeht. Also wirklich mega. Das heißt, ihr könnt mit diesen Katalogen gleich durch eure Straßen laufen und sie in die Briefkästen schmeißen. Am besten klickt ihr noch einen Adressaufkleber von euch drauf, dass sie wirklich wissen, von wem kommt denn jetzt der Katalog. Oder ihr packt auch gleich Duftgröpchen mit dazu. Also wirklich, das Starter-Kit ist einfach perfekt. Ihr könnt direkt loslegen oder alles für euch benutzen. Das ist natürlich auch kein Problem. Ja, also wenn ihr halt nicht als Beraterinnen durchstarten wollt. So, die Kiste ist leer. Ich packe natürlich alles wieder schön ein, damit meine Freundin auch den Genuss hat von ihrem Starter-Kit. Jetzt schaut es hier ein bisschen wüst aus. Ja, das war es jetzt auch schon. Ich hoffe, euch hat das Unboxing vom neuen Starter-Kit von Sensi gefallen. Ja, wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt zu Sensi, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Da beantworte ich euch alles. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich packe jetzt alles wieder ein und gehe ins Bett. Wir haben jetzt mittlerweile drei Uhr. Ich sollte mal ins Bett gehen. Und ja, ich würde mich total freuen, wenn ihr auf meiner Sensi-Seite vorbeischaut. Ich habe es jetzt gerade schon angesprochen. Also, wenn euch Sensi interessiert oder wenn ihr es mal kennenlernen wollt, dann ist wirklich jetzt die perfekte Möglichkeit, einfach zuzuschlagen. Wir haben ja eh schon die Kategorie Sparen und Kombinieren auf unserer Homepage. Ich verlinke euch meine Seite gerne nochmal, allaboutanna.sensi.de. Und da habt ihr eh schon die Möglichkeit zu sparen, euch eine Lampe mit drei Düften auszusuchen. Und on top bekommt ihr jetzt noch 10 Prozent, wo ihr sparen könnt. Also, wenn nicht jetzt, wann dann? Schlagt auf jeden Fall noch im Januar zu. Ich verlinke euch meine Party unten in der Infobox. Das ist ein Party-Link. Da einfach draufklicken und dann könnt ihr shoppen nach Lust und Laune. Und lasst mir bitte immer Feedback da. Ich finde das so, so wichtig, Kundenfeedback. Also, ihr könnt mir immer auf Instagram schreiben und ich teile das Feedback total gerne. Oder ich gebe euch Antwort. Wenn irgendwas mit eurer Bestellung nicht stimmt, nicht vollständig ist, kaputt ist, dann immer schreiben, ihr habt lebenslange Garantie bei Sensi. Und ich wiederhole das immer, weil das immer keiner glaubt. Ihr habt lebenslange Garantie bei Sensi. Wenn also irgendwas mit eurer Lampe ist, dann schreibt mir und ihr bekommt Ersatz. Ja, also ich kümmere mich um euch. Ich kümmere mich um meine Kunden. Das ist mein Job und das ist mir auch wichtig. Und wenn ich nicht sofort antworte, dann seht es mir nach. Ich habe natürlich auch noch Familie und Kinder und Mann und Haushalt. Aber ich antworte immer. Und ja, schreibt mir einfach auf meiner Homepage. Ihr habt da oben den Reiter unter Kontaktieren. Also jetzt nicht hier unter die Kommentare, aber auf meiner Homepage unter Kontaktieren. Und da werdet ihr automatisch mit mir verbunden und da kümmere ich mich um euch. So, und ich glaube, jetzt habe ich wirklich genug gebabbelt. Mein Hals ist wirklich trocken. Und ja, also wenn ihr Bock drauf habt, auf Sensi, auf mein Team, wenn ihr als Beraterinnen durchstarten wollt, wenn ihr einfach was machen wollt in eurer Elternzeit nebenbei, dann schreibt mir. Ich beantworte euch so gut wie alles. Oder lese es auf meiner Seite einfach nach. Und ja, ich würde mich total freuen. Es macht wirklich mega Spaß. Ich habe super viele Mamis bei mir im Team. Die haben am Anfang gesagt, oh nee Anna, ich kann das gar nicht. Und ich habe doch auch gar nicht die Reichweite, wie du, ihr braucht überhaupt nicht die Reichweite, die ich habe. Sensi verbreitet sich. Das ist wirklich easy. Ihr fangt mit euren Freunden an, mit eurer Familie an und es spricht sich rum. Ein großer Vorteil ist natürlich, dass Sensi nicht teuer ist. Also nicht teuer ist ja immer relativ. Das sieht natürlich jeder anders. Aber ich bin der Meinung, dass 8,50 Euro für so einen kompletten Bar mit acht Würfeln nicht teuer ist. Vor allem, wenn man denkt, wie lang er einfach hält. Also ich habe immer zwei Würfel in meiner großen Lampe und diese zwei Würfel sind jetzt seit eineinhalb Wochen drin. Es riecht immer noch und meine Lampe läuft durch. Sie läuft durch. Morgens und nachts. Ich mache sie nicht aus. Ja, sie läuft bei uns durch. Und also es hält wirklich ewig. Und mein Sensi-Schrank, darüber brauchen wir nicht reden, der war schon als Nicht-Beraterin voll. Und ja, ich kann nicht aufhören, mir immer neue Düfte zu kaufen. Und es ist so lecker. Und auch im Sommer, ich freue mich jetzt schon so auf die Sommerdüfte. Ich bin so gespannt, wenn ich jetzt schon hier wieder an dem Go-Go-Mango rieche. Also sowas Leckeres. Man will natürlich auch, dass sein Haus im Sommer gut riecht. Und viele sagen ja immer, nee, ich bin eher so der Duftlampen, Duftkerzen-Typ, so Herbst, Winter. Ich überhaupt nicht. Also ich freue mich mega auf die Sommerdüfte, auf Lemondüfte, auf zitronische Düfte, auf fruchtige Düfte. Mega. Wir haben sogar einen Duft, der so einen Anti-Mücken-Duft. Den haben wir auch im Sortiment. Den liebe ich natürlich auch. Wenn meine Terrassentür von morgens bis abends offen steht und ich auf meinem Schrank meine Sensi-Lampe mit meinem Anti-Mücken-Duft drin stehen habe. Ja, dann ist alles gut hier. Also dann fühle ich mich wohl. Und ja, also bei mir läuft Sensi durch. Ja, jetzt ist aber auch mal Schluss mit Sensi, Sensi, Sensi. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Bis bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020